S21 Nächster Halt Sternstraße Übergang zur S21 und S31 sowie zum Messegelände Entschuldigung, Dürfte ich den Hund fotografieren? Sie war schon eben in der Bahn Ach so, sie hat Angst Ich würde gerne so ein schwarz-weiß mitmachen nicht wegen dem Maulkopf, sondern weil ich es einfach süß finde Ich habe ein, zwei Bilder gemacht Dankeschön Yo Leute, was geht ab? Lange kein Video mehr Ich habe mir mal eine, wie nennt man das, kreative Pause gegönnt Ja, ich bin unterwegs in Hamburg mit der Sony A7 IV und 35mm Ich würde sagen, let's go So Kann ich nochmal ein Foto von dem machen? Ja klar Komm mal her Jetzt Ach ja süß, hallo Ach du bist ein bisschen schüchtern Ja, ist ja Ja, aber macht ja nichts Vielen Dank Ich darf dir jetzt, schönen Sonntag Gib so Moment warten bis er kommt Moment warten bis er kommt Moment warten bis er kommt Moment Ich darf hier nicht tight Augen temples Möbel Entfernung Wird 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 St Wird 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 Genau beim Niesen. Oh, shit. Aber es ist ungefähr scharf, seine Hand. Oh, shit. Oh, shit. So Leute, kurzes Video. Ich würde behaupten, von den Bildern komplett anders als das, was ich sonst gemacht habe. Ich versuche mich momentan so ein bisschen in eine andere Richtung zu entwickeln, was zumindest Streetfotografie angeht. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.